Ja, herzlich willkommen bei Berndschlösser & Personal Training. Heute zeige ich euch, was ich mache, um mich gegen elektromagnetische Strahlung zu schützen. Bleibt dran, es bleibt spannend. Ja, also nochmal fürs Protokoll, das sind hier keine Heilaussagen, sondern das ist einfach nur ein Infovideo und gibt meinen eigenen Erfahrungsschatz wieder und das, was ich unternehme, um mich gegen elektromagnetische Strahlungen, andere Felder, also Bluetooth, WLAN, Mikrowellenstrahlung usw. zu schützen. Und zwar nutze ich dafür einen sogenannten VivoBase bzw. einen VivoBase Home für zu Hause. Das Gerät ist ganz einfach und zwar kommt das mit einem, das Gerät besteht aus einem integrierten Stecker und dann steckt man es einfach wirklich nur in die Steckdose und man hat dann vorne am Gerät ein kleines LED, das einem dann zeigt, ob das Gerät an ist oder nicht. Ja, ob elektromagnetische Felder gleich welcher Art oder Strahlung an sich, ob jetzt wie gesagt Bluetooth, WLAN, Mikrowellenstrahlung, was auch immer, nun potenziell gesundheitsschädigend sind oder nicht, will ich jetzt gar nicht diskutieren. Da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ihr könnt recherchieren. Ich habe euch hier ein Portal eingeblendet für diejenigen, die jetzt keinen Zugang haben zu Volltexten aus wissenschaftlichen Journals. Ja, was mich am VivoBase halt begeistert hat oder warum ich mir dieses Gerät jetzt zugelegt habe, ist der Fakt oder besser gesagt das Versprechen des Herstellers, dass es eben nicht auf einer esoterischen Art und Weise fungiert, nicht dass es jetzt schlecht wäre, sondern dass es eine elektrophysikalische Wirkungsweise hat. Das heißt, wenn wir uns den Körper betrachten, dann ist er meiner Meinung nach wie eine laufende Wassersäule beziehungsweise eine große Batterie. Und das hat schon Dr. Robert O. Becker in seinem Buch The Body Electric schön dargestellt, indem er sagt, dass wir eben natürlich dann auch über Plus- und Minuspole verfügen, die jetzt weder schlecht noch gut sind. Es würde auch keiner den Minuspol aus dem Auto ausbauen, weil der irgendwie schlecht wäre, sondern das sind Orte relativer Fülle und relativer Leere. Und er hat eben gezeigt, dass die Polarität sich an den Handinnenflächen und an den Fußsohlen, dass die eher negativ ist, beziehungsweise sich dort die Minuspole befinden und sich am Kopf und am Rumpf die Pluspole befinden. Ja, und beim VivoBase soll das Ganze eben laut Hersteller jetzt so funktionieren, dass es keine Frequenzen gibt, die irgendwie harmonisiert werden oder verändert werden, sondern dass die Strahlung, die auf den Körper einwirkt, also die elektromagnetischen Felder, vom Körper quasi abprallen, weil die Wassermoleküle im Körper so ausgerichtet und neu strukturiert werden, dass diese Strahlung gar nicht erst in den Körper eindringt. Also es fungiert dann bei allen belebten Wesen, als sei es jetzt Menschen, Haustiere, Pflanzen und so weiter. Das Interessante ist, zum VivoBase gibt es auch Studien, die der Hersteller in Zusammenarbeit mit einem Institut hat durchführen lassen. Die kann man sich in Ruhe auf der Webseite des Herstellers durchlesen. Und alle weiteren Infos, auch meinen ganz eigenen Erfahrungsbericht und den Erfahrungsbericht von Freunden und Bekannten, Kollegen, den könnt ihr dann in Ruhe auf meinem Blogartikel noch mal ganz im Detail nachlesen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, für die Aufmerksamkeit, bleibt gesund und bis bald!